hallo liebe bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen biertest mit mir den alten biersöffler so ihr habt schon am titel erkannt heute gibt es mal wieder ja weißen ober diesmal haben wir den kloster sud ist ein wiener lager meiner meinung nach hatten wir das schon getrunken gehabt aber irgendwie ist es nirgendwo eingetragen und auch auf youtube existiert es nicht deswegen müssen wir es einfach probieren oder aber irgendwie kenn ich es also irgendwo habe ich es schon mal getrunken ich halt es mal rein so sieht das aus wassergersten malz und topfen haben wir drin und 5,4 prozent umdrehungen und ein schönes wiener lager so sieht übrigens die kapsel aus auch bedruckt so ich habe auf jeden fall schon wieder bierdurst tasting glas ist am start und ich lass mal hier würde ich sagen jetzt mal ordentlich hier mal das ding da rein laufen ich habe mega bierdurst und so ein schönes wiener lager jetzt das könnte mir gefallen so schaut es aus ich denke gibt sich als bier zu erkennen können wir uns wunderbar betrachten zwei dinger breite blume kriegen wir hin creme weiß das ganze fein bis mittelporig von der farbe her ja jetzt in so ein dunkles getreide gold fast schon so in so eine orangefarbene braun orange so in diese richtung also eigentlich wie so ein wiener lager auch aussehen sollte also finde ich sehr sehr schön schon mal von der optik von der ästhetik auch per launch ist vorhanden wenn das so steht und der wird würde mir dazu hinstellen also da würde ich ohne weiteres sofort fünf von fünf schrägstrich sechs möglichen punkten geben für die optik für die ästhetik auge trinkt auch mit wie wir wissen sehr sehr schön so dann mal anschnuppern herrlich ja leichte rüstung die man wahrnehmen kann die aber würde ich sagen vom bouquet her zumindest so mit dem malz körper auf einer ebene ist also du hast sowohl dieses karamellige süße liebliche aber dann auch so diese typischen ja wo ist darum die man so raus riechen kann ich hoffe ich sogar ein bisschen schokoladig so in diese richtung eigentlich typisch so wie man sich sowas vorstellen ist und wieder lager genau so eine richtung geht das rein also ein bisschen süße würze ich bringe so wie in der lager immer mit so einer lieblichen würze in verbindung oder es riecht ausgezeichnet das riecht richtig lecker freunde das riecht so richtig lecker und das möchte ich jetzt probieren ihr lieben auf euch zum wohl auf das bier und auf den genuss ist das weich ist das weich fangen wir erstmal an attribute gemütlich oder dynamisch ganz klar gemütlich das ist ein bier das ist schön temperatur anziehen lassen schön lange auf der zunge lassen weil hier hast du wirklich zart butterweich im mundraum richtig krass weiche textur macht schon mal unheimlich spaß finde ich schon mal schön und dann hast du genau das was du vom bouquet raus riechen tust hast du auch im glas das ist ein richtig angenehmer schön erkenntlich zeigender malzkörper der durchaus karamell süße mitbringt nicht übertüncht oder so drauf gesetzt sondern wirklich richtig geil eingebunden und im gleichen und das ist es was auch rauch drehst und auf der gleichen ebene auf der gleichen linie hast du noch rüstmalze und so wie es riechen tut so schmeckt es auch also ein sehr malzkörper fokussiertes bier und das mit dieser weichen textur das kommt schon geil also durchaus würzig wird sich hinten raus allerdings also du hast nachhalt du hast nachgeschmack so ein bisschen tiefer rein Also, hinten raus. Also mir fehlt so ein ganz kleiner Hauch Fruchtigkeit. So ein ganz ganz kleiner Hauch Fruchtigkeit fehlt mir noch. Da versucht sich zwar so ein bisschen was vorzuschieben, aber das kommt nicht so richtig durch. Hinten raus hast du dann eher so eine milde Floralität. Also mal abgang so. Stelle ich mir auch richtig geil jetzt zu so einem Sonntagsbraten. Schön so Kassler, Klöße, dazu dieses Bier. Weil hier sind halt sehr viele liebliche Nuancen drin. Das würde unterstützend wirken. Finde ich richtig gut. Zu einem Eintopf oder einer Suppe jetzt eher weniger, sondern richtig schön so ein Sonntagsbraten. Vielleicht sogar falscher Hase, so mit brauner Soße auf jeden Fall. Ist gut. Das ist lecker. Nur ein bisschen Fruchtigkeit fehlt mir. Ich würde es empfehlen, Freunde. Weißen Ohr, Kloster Sud, Wiener Lager. Das ist lecker, Freunde. Das schmeckt gut. Das werde ich jetzt austrinken. Wie wollen wir es bewerten? Ich gebe hier ganz klar 5 von 5 Schrägstrich 6 möglichen Punkten ist es mir wert. Das ist lecker, Freunde. Das war es gewesen mit diesem Bier-Test. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Bier-Siffler. Ciao, der Bier-Siffler.